In Mississippi wird Viehdiebstahl mit Erhängen bestraft. In Indiana darf man einen Fisch niemals mit der Hand fangen. In Iowa sind Küsse, die länger als 5 Minuten dauern, verboten. In Kalifornien ist es illegal, Kinder daran zu hindern, über eine Pfütze zu springen. In Kansas ist lautes Rülpsen auf einem Flughafengelände verboten. Ein Gesetz in Connecticut schreibt vor, dass man sich mindestens einmal im Jahr baden muss. In Louisiana ist es verboten, in der Öffentlichkeit zu gurgeln. In Maine ist es verboten, während einer Reise im Flugzeug auszusteigen. In Maryland ist es verboten, einen Löwen mit ins Kino zu nehmen. In Massachusetts dürfen Duelle nicht mit einer Wasserpistole ausgetragen werden. In Michigan, genauer gesagt in Detroit, ist der Geschlechtsverkehr im Auto dringend untersagt, außer man befindet sich auf dem eigenen Grundstück. In Minnesota ist es verboten, nackt zu schlafen. In Mississippi wird Viehdiebstahl mit Erhängen bestraft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017